komm auf geht's auf in die schwarze feste und wir sammeln uns dort aus dem ein bisschen gold damit wir uns goldmünzen herstellen können wie viel kostet ein ei ich glaub zehn goldmünzen oder habe ich das richtig in erinnerung so das ging noch hier um die ecke irgendwo hoch da ist dieser komische weg doch mind me ok werde okay okay ich habe vergessen wie man kämpft korrigiere ich wusste lieber wirklich kämpft. Au. Au. Stich ihn ab. Meine Güte, ist das so schwer. Danke. Au. Ah, schön. Ja, ne? Dazu sage ich nicht nein. Ey, Todesritter, hi. Schön, dass du da bist. So lauf ich richtig, unter Garantie nicht. Ich hätt hier nicht runtergehen sollen, so wie es aussieht. Na gut, gehen wir wieder hoch. Auch im Spiel. Ja, hi. Das hi musste jetzt genügen. Muss ich da hoch? Sieht so aus, ha? Ja. Die Attribute, die ich geskillt hab. Äh. Klar. So. Das ist unter Garantie nicht optimal. Alles gut gelaufen bei mir heute? Ja? Ja, lief annehmbar. Lief annehmbar. Hier ist ein dicker Stein, da kommen wir nicht weiter. Das ist jetzt aber doof. Muss ich hier lang? Nee. 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 Oh, hi. Nee, danke. Ich verzichte, Leute. Ich verzichte. Die haben sich doch unter Garantie abgesprochen. Die haben doch weiter gesagt, dass ich hier bin. Hi. Bye. Geh Ruhe. Keine Zeit. Beziehungsweise keine Lust. Das drückt es vielleicht besser aus. So, bin ich hier jetzt? Semi bin ich richtig. Ich muss in diese allgemeine Richtung und warum wird es jetzt dunkel? Warum suche ich mir immer die besten Zeitpunkte für sowas aus? Ich meine, ich habe eine Fackel dabei, aber muss doch nicht sein. Es muss doch nicht sein. Was soll das denn? Was soll das denn? Was soll das denn? Das kommt weg, das kommt weg. Kann auch weg. Das nennt man Skill. Ach so. Ach so. Ach so. Ich sehe gar nichts. Ich weiß, dass es hier Schlangen gibt. Und nicht unbedingt wenige. Und steinlasen. so. Diese kleinen Könige. Manchmal ist es besser, nichts zu sehen. Aha. Aha. Ah, da. Ach, hervorragend. Ich bin überlastet. Okay. Gut. Dann müssen wir das folgendermaßen machen. Das ist gut schwer. Das ist gut schwer. Wehe dir. Du stirbst wieder. Goldnasen. Stein. Steinnasen. Die rennen hier durch die Gegend. Das wiegt nichts. Das ist auch nicht wirklich. Obsidian brauche ich eigentlich nicht. Bitteschön. Brauche ich eigentlich auch nicht. Die kriege ich gesammelt. Die Rohasche behalte ich mal. Elefantenhaut kriegt man eigentlich auch einfach wieder. Aber jetzt geht es ja. Ich wundere mich gerade, dass ich noch nicht einer Schlange begegnet bin. Das ist mein Minibus als Goldnasen. Ist klar. Ha. Ha. Gold. Nice. Gut. Obsidian schmeiße ich wieder raus. Und die Kristalle schmeiße ich auch raus. So. Haben die die Schlangen und die Steinnasenkönige hier rausgepatscht? Ist ja gar nichts mehr los. Oh, der ist halt. Ähm. Wir sind beim Vulkan. Kein Jasmin. Es gibt Mitläufer, wertvolle Sachen. Wer erinnert sich noch? Ja, ich weiß. Ja, ich weiß, dass die Menschen hier jetzt feindlich sind. Das weiß ich schon. Da. Diese Teile. Die waren sonst überall. An jeder Ecke. Mehrfach. Was habt ihr für einen Frame Rate? Keine Ahnung. Also ich streame mit 60 FPS. Ah, cool, die geben Dämonenblut. Nicht, dass ich's brauche, aber... Ich nehm's mal mit. Achso, Farm Raid. Achso, ja. Und es gibt weniger Obsidian. Kann das sein? So, bist du bereit? Jetzt wird's lustig. Ei. Na? Das ist ein Bogenschütze und ein Kämpfer. Gut, ich nehm den Kämpfer, du den Bogenschützen. Sagtest du nicht, die sind feindlich? Oder erst, wenn ich reingehe? Bärensaft. Sie sehen aber sehr friedlich aus, ja? Ich geh mir mal, dass... Ich mein, sie haben mich beide gesehen, ne? Also... Der Torbsen. Hi. Hi, Torbsen. Oh, hi. Tja, jetzt hast du dir einen Feind gemacht. Also zwei, eigentlich. Nein, na... Sollten wir ihr helfen gehen? Nee, die macht das schon. Oh, leuchten Essenz, das ist nicht schlecht. Bist du zufrieden? Gut. Den da hätte ich gerne. Ja, ich hab ein bisschen töten lassen hier. Ich hoffe, das ist okay für dich. Immer dieses Sklaven. Keine Erziehung. Und? Wo ist das Problem? Ich lebe noch. Das ist doch... Genau... ...so wie es sein soll. Ich lebe noch und alle sind glücklich. Ha, Gold. Nice. Du bist Herren. Ja. Und ich hab ihr gesagt, sie soll mich beschützen. Mit ihrem Leben. Egal wann, egal wo, egal wie. Hat sie getan. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ach, so langsam wird's heiß. Okay. Das heißt, hier sollte ich... ...ah, die Rüstung austauschen. So, dankeschön. Jetzt darfst du das hier mal festhalten. Und wehe dir, du rennst wieder irgendwo rein. Frage. Weißt du, wie man Skorpione züchtet? Oha. Äh, war das nicht, dass man in der Silbermine die Königin töten muss? Und mit etwas Glück droppt sie ihre Eierstöcke mit Skorpioneiern drin, die man dann ausbrüten kann? Ach, die Eier hast du. Äh. Gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Ja, Bommi, du könntest deinen Guide posten. Tu dir keinen Zwang an. Bommi hat einen Guide dazu gemacht. Der sagt dir bestimmt, wie das geht. Ich bin überlastet. Dann leg mal den Boss. Viel Spaß dabei. Ich bin mir sicher, die haben irgendwas Besonderes. Die kann man nicht einfach so irgendwo ausbrüten. Würde ich jetzt mal tippen. Alles klar bei dir? So, und ich dachte, die wären jetzt feindlich geworden. Aber irgendwie... Irgendwie wollen die nicht. So, du den Bogen schützen, ich den Kämpfer. Komm, tritt nochmal. Oder so. Da ist der Guide. Brauche ich alles nicht. Was könnt ihr eigentlich? Noch nicht mal mehr angreifen könnt ihr. Ich hab echt gedacht, die seien jetzt feindlich geworden mit dem Patch. Aber irgendwie... Wollen die wohl doch nicht so ganz. Es sei denn, die sind mit dem neuen Patch jetzt wieder verbuggt. Und wollen deshalb nicht. So oder so, ich bin eigentlich nur wegen des Goldes hier. Damit ich mir Steinnasen zusammenzüchten kann. Wie war das mit dem Sternenmetall abbauen? Du musst so einen Meteoriten finden. Dann brauchst du eine Dämonenfeuerkugel. Diese Dämonenfeuerkugel schmeißt du auf diesen Meteoriten. Er explodiert dann. Und dann kannst du das ganz normal abbauen. Dieses komische blaue Tastteil. Genau, Sprengen oder Feuer. Also die greifen nicht an. Die sind langweilig. Wenn ich das mal so sagen darf. Hey. Greift ihr an? Nein? Schade. Hier war doch eben noch... Nee, okay. Hi. Interesse am Angreifen? Nein? Okay. Der hat Interesse am Angreifen. Okay. Aber auch nur der. Alle anderen nicht. Nee, ich helf dir mal ein bisschen. Nimm doch den Bogen. Nein. Wo soll ich hingehen? Todesritter? Achso, bei Meere oder was? Ah, hab ich jetzt. Uh. Hallo. Das ist nicht nett. Danke. Wo ist denn meine Sklaven? Ach, da hinten. Okay. Au. Gut, ab einem bestimmten Punkt greifen sie an. Ich tanze mit euch einfach hingereist. Ist das in Ordnung? Aua. Hör auf. 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 Ach, das Rechtschreibprogramm. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Das waren noch Zeiten. Gut. Gut, ich glaube, ich habe genug Gold. So eine habe ich, glaube ich, schon. Ich nehme sie trotzdem mal mit. Gut, aber es ist interessant, dass die Vorderen nicht angreifen. So, die Kleinen, die hier, Level 1, Level 2, die greifen nicht an. Die später, die wollen sich dann unbedingt mit ihr prügeln. Wo ist meine Sklaven? Da ist sie. Ich bin hier. Komm mit. Komm. Ich dachte schon, die nimmt wieder sonst wo eine Route durch Lava und so weiter. Und hast du nicht gesehen? Aber da habe ich ja nochmal Glück gehabt. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.